Radiergummi Hausarbeit Hähnchen Arzt Kannst du mir deinen Taschenrechner leihen? Kannst du mir deinen Taschenrechner leihen? Ich habe dein Buch genommen. Genommen Lisa hat mein Mein Arbeitsheft genommen Nein du darfst deinen Hund nicht mitbringen Durst darfst Kannst du ein Viereck ohne ein Lineal zeichnen? Ich brauche das Lineal für mein Viereck Ich brauche das Lineal für mein Viereck Darf ich diesen dieser Junge nimmt immer meinen Radiergummi Ich brauche das Lineal für mein Viereck Ich brauche das Lineal für mein Viereck Er fragt nicht, aber er nimmt meinen Radiergummi Er fragt nicht, aber er nimmt meinen Radiergummi Du darfst jetzt die Comics da drüben lesen Darfst Du Du nimmst Du immer mein einen Radiergummi Nein Ich habe deine Gummibärchen nicht genommen Kannst du ein Viereck Ohne Ein Lineal Zeichnen Nein Du darfst deinen Hund nicht mitbringen Du Deine Deine gerne Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020